Hallo Leute! Wie geht's? Einen schönen Tag. Ich heiße Katrin. Ich bin eure deutsche Lehrerin. Wir lernen heute Wortschatz. Lass uns beginnen. Ach, aber vergesst nicht, den Daumen nach oben zu machen, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um unser neues Video regelmäßig zu bekommen. Und dann. Also los! Die Schulfächer Englisch Deutsch 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 Französisch 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 Arabisch 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 Religion Religion Mathematik Algebra Geometrie Biometrie 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 Biographie 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 Geschichte 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 Die Schulfächer Chemie 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 Biologie 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 Physik 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 Informatik 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 Werken 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 Handarbeit 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 Ethik 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 Sport 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 Kunst 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 Musik 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 Englisch Englisch Deutsch Französisch Arabisch Religion Mathematik 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 Algebra Geometrie Geometrie Geographie Geschichte Sport Kunst Musik Vielen Dank für das Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.